Moin moin und herzlich willkommen zurück wieder bei Resident Evil 5. Genau, das war das Spiel. Auf die Awesomes und bei Pokerface Gaming mit der Alex. Und mit dem Dan. Awesome, awesome, awesome. Dan mit 3 E. Und eine H. Wir sind hier momentan relativ safe und haben hier noch eine Granate entdeckt, die ich mir jetzt mal eben einstecke. Ja, mach das, was du mir passen kannst. Wir haben massive Munitionsprobleme. Du musst in Hessen, hier Partneraktion. Moment, investigate. Two people could kick this door in. Chris! Warum schreist du mich denn so an? Ich steh doch direkt neben dir. Hm, Gedärme. Ich bin so euphorisch und so. Investigate. It's a giant axe. Don't think it's been used on trees. Ich meine tolle Machete. Da ist Munition. Meine Munition. Oh, Fässer. Jetzt musst du mich beschützen. Wir machen jetzt erstmal die Fässer platt. Und du dir mal das andere, genau. Hast du auch Munitionspucket. Wir sollten uns angewöhnen, so alles, was so kaputtbar aussieht, mal anzuhauen. So, jump down. Yes. Wir haben Probleme mit Muni. Äh, wo sind die hier? Das ist ein Keller, wa? Irgendwie so. Da hängt was. Ja, wo? Und es ist kein luftgetrockneter Schinken. Nein! Aber wir könnten trotzdem mal probieren. Lässt sich nicht schneiden. Er ist ein bisschen zäh. Alter! Alter! Sorry. Stech mich mal ab hier. Aus hier. Go, go, go. So. Und Leiter benutzen. Alles funktioniert mit X. Das ist voll toll. War lustig. So, wo sind wir hier? So, Camp Muni. So, und du einen Muni, ich einen Muni? Ja. Weil wir teilen alles. Genau. So. Was haben wir hier noch? Chris! Schrei wehe, du schreibst mir wieder ins Ohr. Randalier hier aber. Aber du heißt doch Dan. Ja, aber du schreist mich trotzdem ins Ohr. Entschuldigung. Kein Problem. So. Das sind Bananenpflanzen, oder? Sind das Bananenblumen? Bananen... Wie nennen sich die Dinger? Bananen... Stauden. Nee, Stauden sind ja die Dinger, wo die... Oder das sind ja im Endeffekt die Früchte. Stimmt. Ist das Bäume? Nee, Bananenpflanzen würde ich schon sagen, oder? Irgendwie sowas. Vielleicht kann uns ein ausgebildeter Biologe das unter das Video schreiben. Oder jemand, der beim EDK in der Gruppsabteilung arbeitet vielleicht. Gibt auch. Gibt auch. Das ist ein, der thema ist. Ja. Sie sind nicht die Rede. Gibt es Morten. Sie werden nicht wissen, was du zeigst. Sie wissen, was du sprachst. Sie können alle gehen ins Häublege! Tastgunter. Wrenschen! Das ist noch nicht sehr lecker. Der Typ erinnert mich irgendwie nie an eine Mischung hier aus Pinhead von Hellraiser und Pyramid Head von Silent Hill. Ja, Pyramid Head! Genau, an dem erinnert sich der mich irgendwie sehr... Wobei Pyramid Head dann macht mir noch ein bisschen mehr Schiss. Ja, weil der noch solche Stelzen hat, ne? Ja. Oh no. Fuck no. Incoming. So, ich würde vorschlagen, wir bleiben erstmal hier drin. Ich bleib hier am Fenster. Du kannst hier auch hinter die Deckung gehen. Hier ist ja noch so... Ja. Wie geht ihr? Du nimmst Fenster? Mhm. Ich nehme Tür, alles klar. Durch die kommt ja niemand, ne? Durch die Linke. Ich glaube erstmal nicht. Ich stelle mich aber so lange hier hin, weil ich hab dann hier einen besseren Winkel. Wo bleiben die denn? Ich dachte, die kommt... Ach da! Ja, welche. So. Jetzt geht's los. Oh Gott, die müssen nachladen. Ach die Scheiße. So. Alter! Alter! Oh Gott! Ich hab... Ich hab... Da schießt man denen schon den Kopf weg und da leben die trotzdem noch weiter. Das ist doch für ein Paarisch. Ich würde sie nicht so nah an mich rankommen lassen, diese Typen. Ja, das war anders geplant. Oh, das sollt. Ich sammle mal eben auf. Oh Gott. Oh no! No, 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 no! No! Surprise, motherfucker! Mach gar... Vorsicht, Granate! Oh! Oh mein Gott! Oh, das war... Sorry, das war anders. Nicht gut. Das war nicht so gut geplant. Trotzdem bist du da. So intelligent sind die glaube ich nicht. Ja, das sind Zombies. Hallo? Was erwartest du? Die haben voll den Boden IQ und so. Alter! Doch, jetzt kommen sie auch durch das Loch. So. Ich schlitze alle auf hier. Alter! Alter! Mach ich Messer, Junge! Kurt, komm in! Die Lokale sind fast. Ich kann jetzt hier mal ein bisschen mit bei mir. Wie kommt gerade keiner. Ich bin auf meinem Weg. Hörst du das, Gemma? Hörst du auf dem Weg? Ich hab keine Mundi mehr. Nutz die Machete, werf da... Oh Gott, wir sollten raus. Oh yes. Lauf, raus, 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 raus. Richtung ist jetzt auch erstmal egal. Oh, da kommt Ex-Schwinger. Ex-Schwinger? Was? Ach du fuck, die Kacke! Warum stehst du da in der Ecke? Raussach! Ich wollte Gold aufnehmen. Es hat so schön geglänzt. Wo bist du? Frauen sind wie Elstern, wenn du glänzt. Hey! Du bist so mean! Nein! Du meinst ja liebevoll. So. Ich glaube, wir müssen diesen Axtkopf aber wirklich... Schalten! Wo kommen die denn her? Alter! Ja! Von hinten hier oder was? Oh mein Gott! Oh mein Gott! Du stirbst! Ich schlitten die alle auf! Du stirbst! Nein, ich sterbe nicht! Nein! Ich rede mit... Mit den Kollegen hier! Ich glaube, sie können dich verstehen! Was müssen wir jetzt eigentlich tun? Wenn ich das mal wüsste! Ich glaube, ich... Ich schlachte die jetzt erstmal hier weiter ab! Alter! Wenn die mich nicht von hinten... Es ist okay, dann untersuchen! Oh! Oh! Das Tor ist ziemlich solid... Ich fand mir, dass wir erst öffnen sind! Oh Gott! Oh Gott! Oh Gott! Lauf! Das ist eine Scheiße! 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 Ich bin gerade auf dem Weg! Ich bin gerade auf dem Weg! Ich bin gerade auf dem Weg! Ich habe glaube ich den Axtypen im Rücken! Oh Gott! Danke! Bitte schön! Äh... Wollen wir wegrennen? Ah, Granate. Ich glaube, ich versuche mal eben, das Ding zu sprengen, was, glaube ich, nicht funktioniert. Shit, shit, Axtyp, Axtyp. Ich glaube, ich... Oh Gott. Scheiße, ich brenne. Was? Hast du das jetzt? Ja, ich bin in ein Feuer gerannt. Das ist echt sinngemäß. Mann, fuck, wie kacke. Hier ist Munizium. Oh mein Gott. Zehn Stück. Hier ist ein Plumpsklo. Hier ist noch. Komm mal zu mir, komm mal zu mir, komm mal zu mir, komm mal zu mir. Hier ist noch ein Haus. Wo bist du? Guck doch einfach auf die Garte. Also ich komme auf... Wenn ich gerade niedergestochen hätte. Ach so, dahin. Oh Gott, hier sind sie schon drin. Fuck. Ich komme mal nicht rein, ne? Wo bist du, wo bist du? Oh Gott. Der Axtyp ist hier, der Axtyp ist hier. Wo rennst denn du hin? Heil dich mal, heil dich mal. Ja, wie hier? Warte, wie ging das? Inventar, Spray auswählen. Ja, benutzen. So, außer. Oh, und... Da ist der alles auf den... Oh Gott, oh Gott, oh Gott, jetzt kommt er. Jetzt kommt er von der Seite. Oh Gott, der hat mich voll getroffen. Weg da, weg da, weg da. Oh, ich kann nicht mehr laufen. Scheiße, ich kann nicht rennen. Bitte hilf mir. Oh, jetzt geht's wieder. So. Ähm, vielleicht sollten... Moment, da ist... Was ist denn da? Da ist noch fast... Und ich hab keine Muni mehr, also ein Scheiß. Bleib! Ah, wir sollten durch, was? Wir sollten vielleicht zusammenbleiben. Ja, aber wofür du? Komm. Ja, jetzt kommen wir jetzt in deine Richtung hier. Komm, 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 komm. Ich stehe durch die Botanik jetzt. Ich... So. Jetzt hier in das Haus. Da ist Muni. Hier ist, glaub ich... Nehm du die Muni mit. Ich hab ja auch noch Muni. Kannst du auch mal heilen? Bitte. Warte, 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 warte. Sch, sch, sch. Heilen. Gerade bei mir ist gar keine. Okay. Vergessen wir, wie das mit dem Heilen war. Das ist eh... So, du hast was zum Heilen. Ja. Und... So, renn. Yes, 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 yes. So. Keine Ahnung, was wir jetzt da getan haben. Aber es hat irgendwie funktioniert. Ja, er hat das vor... Aber wir mussten einfach durchhalten. Er macht jetzt das Tor kaputt. Was sehr freundlich ist. Okay. RPG! Neu da. Wenn man mal keinen Dietrich zur Hand hat. Nehmen wir an. Eine RPG. Genau. Warum auch nicht. So. Er hat ja kann. So, Erfolg freigestellt. Yay, Erfolg freigestellt. Accuracy. 65 Prozent. Reicht. 64,4. Null Tode. Ja. Und Rank A. Wir beide. Yay. Wicked sick. So. Okay. Wie sehen wir denn hier aus? Was hab ich denn hier? Bye. Gucken wir mal. Verwaltung. Granate hab ich. Ich geb dir immer die Granate, ne? Dankeschön. First Aid Spray könnte ich kaufen. So, nur mal zurück. Kaufen. Organize Inventory. Sehr viel kaufen kann man ja nicht, ne? Nur das Spray und nur. Noch nicht. Noch nicht. Ich hol mir auch mal so ein. Ach ne. Die haben dieses Objekt gekauft. So. Fertig. Darf ich, äh. Kann ich, kann ich eine zweite Pistole kaufen? Weiß ich nicht. Ich glaub nicht. So. Ich könnte sie, wenn ich das richtig gesehen hab, könnte ich sie upgraden. Yes. Okay. Äh, was ist jetzt besser? Mehr Schusskraft? Ähm. Ich, oh Gott. Ich glaub ich nehm, ich nehm, ich nehm, ich nehm. Quit, quit kann ich mir nicht leisten. Ich nehm mehr Feuerkraft, ja. You don't have enough money. Fuck you. Äh, dann nehm ich Capacity. Weniger nachladen müssen. Weniger müssen müssen. Ich warte schon auf dich. Ich mach das nachher. Okay. Äh. So, zack. Und ready. I'll go. Ready, set, hot. Go. Oh, yo, 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 one. So. Die öffentliche Versagung heißt das Capacity. It's almost time for Alpha Team to go in. Hurry to the deal coordinates. Roger that. Let's go. So. Ganz schön eingebend hier. Rechts oder links? Wir könnten mal in dieses Unterrett. Ich glaube, wir müssen links, aber ich guck mal eben. Warte mal, ich darf eines. Munition. Dann nimm ruhig jemand mit. Die nehm ich mal mit. Nächste kriegst du. Alles klar. So. Und rechts. Kann man da runtergehen? Wir können, ja. Wir können hier die Treppe mal untergehen. Beziehungsweise so runterspringen. Bäh. Das sieht hier irgendwie so nach... Hier ist aber irgendwie nix. ...Kloake aus. Da ist noch ein Fass. Da kommen wir aber so nicht dran. Das heißt, wir müssen von der anderen Seite da ran. Climb. Yes. So. Kletter hoch. Dim, dim, dim. Dim, dim. Dim, 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 dim. So. Ganz schön viele verschiedene Wege, ne? Ja, vor allem alles so eng. Und verschlungen und so. Ja, meistens ist aber nix dahinter. Ja. Guck mal, jetzt sind wir hier toll einmal im Kreis gelaufen. Die wollen wahrscheinlich nur, dass die Spielzeit damit strecken oder so. Ja, oder dass wir die wunderbare Schönheit der... Afrikanischen... Zombie-verseuchten Stadt. Boah, synchronjumpen. Cool. Oh, ein Fass. War's kaputt? Kaputt. Gold! Viel! Oh. Das ist awesome. It's a large amount of gold. So. Und hoch hier. Und da ist ne Tür. Wo ist eine Tür? Ich glaube, da müssen wir rein. Wollen wir, bevor wir durch die Tür gehen, einen kleinen Cut machen? Können wir tun. Dann machen wir das doch so. Weil, was uns dahinter erwartet, wissen wir ja nicht. Also wir bedanken uns bei euch fürs Zusehen. Genau. Und hoffen, ihr schaltet beim nächsten Mal wieder ein. Bis dahin. Tschüss. 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 Tschüss.